Und damit Moinzen zu diesen VfB News an diesem Freitagabend. Schein der Dinge ist so, ja, 18 Uhr grob rum und ja, wenn ich mir so mal die Tabs angucke, die ich vor mir offen habe, könnte es mir einen Ticken längere Folge werden. Dann natürlich wieder wie immer alle, ja, Links, alles in der Videobeschreibung so rum, in dem schönen Sammellink jetzt neuerdings, da findet ihr die ganzen, ja, Quellen, die ganzen Twitter-Posts und so weiter, alles, was ich halt gerade hier nennen werde. Wir fangen an mit ein bisschen Verletzungsgeschichten, natürlich großes Thema Sturmersatz, Kalajic, schon noch ein bisschen was Kleineres, Aktuelleres gegen Ende. Also, wird sich ein bisschen was doppeln, weil ich natürlich einiges auch schon in Vorberichten, Nachberichten gesagt habe, aber einfach hier nochmal zur, ja, zur Vollständigkeit, sagen wir es nochmal so. Mohamed Sanko am Knie operiert, er fällt voraussichtlich bis zum Saisonende aus, wissen wir jetzt mittlerweile alle, ist hier aber auch genannt. Und sehr interessant, da auch George Moisés, der Kicker-Redakteur, hat auch auf Twitter hier auf was geantwortet. Na, Motto, bin kein Arzt, habe aber schon sehr viele Verletzungen gesehen, verfolgt, die von Mo sah extrem übel aus, sie verantwortlichen lassen, nichts raus. Auch weil es eine Schweigepflicht gibt, ich fürchte, dass er froh sein darf, muss, wenn er wieder Fußball spielen kann, egal wann. Das ist schon auch ein Statement, also das ist heftig und wir natürlich drücken die Daumen. Das ist das einzige, ja, wie soll man sagen, Glück, naja, keine Ahnung, aber er ist halt erst 17. So, das heißt, er hat doof gesagt, die Zeit, dieses eine Jahr aufzuholen und danach ist er immer noch 18, immer noch Top-Talent und so weiter. Das ist nicht so, als, ja, sie natürlich kann die Verletzung die Karriere zerstören, aber wenn er von der Verletzung zurückkommt, dann hat sie ihn quasi nur ein Stück zurückgeworfen und nicht komplett zerstört direkt. Aber, weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber, naja, besser, als wenn es bei irgendeinem 25-jährigen Pariser hat, so doof gesagt, aber natürlich scheiße, dass das bei ihm überhaupt passiert ist. Also, ich glaube, da hätte ich wirklich dran geglaubt, dass er diese Saison richtig durchgestartet wäre, durchgestartet ist, ne, ist schon Silas. Das hat er schon geschafft, letzte Saison, dann die Verletzung in München, auch genau das Gleiche, auch bei Kalajic, Sanko und Silas, jedes Mal in sinnlos spielen. Bei Silas stand es noch 0-0 in München, klar, bei Männer ist das auch 4-0 verloren, Leipzig 4-0 verloren, Fürth 5-1 geworden, alles bei hohen Spielstanden bei Kalajic und Sanko. Das ist auch nochmal so dermaßen unglücklich, das habe ich hier auch schon ja im Vorbericht gesagt, meine ich, dass eben hier Insider-Geschichten oder Transfermarkt.de, das hier heißt, dass Silas wohl in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann und wahrscheinlich gegen Ende Oktober wieder spielen kann. Hat er ja auch dann den Instagram-Livestream gemacht, wo er ein bisschen auf dem, ja, auf dem Laufband war, ein bisschen Seil gesprungen und so weiter, ne. Ein bisschen gezeigt, Jungs, ich bin da, ich bin fit und so weiter, ne. Ja, und natürlich jetzt zum Abschluss noch, und auch als Überleitung, habe ich gesagt, wir gehen gleich zu Kalajic über, eben hier, Sascha Kalajic muss operiert werden, der Stürmer fällt vermutlich bis Jahresende aus. Da muss es sich wirklich gefühlt, alles irgendwie, ja, hier Schulterluxation mit Beschädigung mehrerer Bänder in der rechten Schulter, weil ab danach kamen ja auch die ganzen Experten quasi raus von wegen, ja, wenn das und das passiert ist, dauert es normalerweise einen Monat, wenn das passiert ist, dauert es vielleicht sogar drei Monate, jetzt fällt er wirklich bis Saisonende aus, also das heißt, er ist quasi ab Rückrunde wieder dabei, doof gesagt, das ist, äh, das ist schon krass, das ist schon krass, da muss ich wirklich einiges, einiges kaputt gegangen sein, äh, in der Schulter. Laut Bild, oder generell, wie es sich jetzt so ein bisschen entwickelt hat, werden ja tausend Namen laufen, deswegen habe ich jetzt auch einiges aussortiert an, an Tabs und an News und so weiter, die ich jetzt ein bisschen gebündelt habe, glaube ich, aber klar ist erstmal, der Stürmer, der jetzt kommen soll, soll dem VfB auch langfristig helfen, ähm, kein reiner Ersatz bis zur Kaleitsch-Rückkehr, ähm, nach dem Motto hier, Juwelensucher, Sven Mislintat fahren halt nach einem jungen Stürmer mit Entwicklungspotenzial, passt natürlich auch dazu, wer weiß, ob es so gewesen wäre, mein gut, wer weiß, ob wir überhaupt groß tätig geworden wären, wenn, ähm, Sanko sich nicht verletzt hätte und Kaleitsch eben der Einzige ist doof gesagt, der sich verletzt hat, natürlich jetzt auch Plus dazu, dass auch der Sanko, der ja quasi auch so ein bisschen perspektivisch den Sturm ersetzt hätte, auch noch länger, also unsagbar lange ausfällt, natürlich macht es mehr Sinn, jetzt keine Soforthilfe zu holen, sondern auch einen zu holen, der jetzt, naja, auch den Sanko quasi so doof gesagt ein Jahr lang ersetzen kann und dann halt gucken, wie es dann läuft, wenn du dann wieder alle im Kader hast irgendwann, ähm, hier gehen wir ein paar Namen durch, VfW-Exklusiv hat es zum Glück ein bisschen zusammengefasst, absolute Ehre, ähm, Poyampalo war genannt, der natürlich auch, ja, in seiner Joker-Rolle vor allem sehr, sehr stark war, immer wieder Bundesligist, hat wahnsinnige Torquoten da und ja, der hat eigentlich wirklich durchgehobt gesagt, überall funktioniert, wo er war, wo war jetzt Union war er, er war bei HSV, er war Leverkusen, klar, sein Klub, ne, ich glaube, habe ich noch irgendwas vergessen jetzt, wo er noch war, aber er hat überall getroffen und wirklich überall auch gute Schnitte quasi, also von Minutenzahl her, die er braucht, bis er trifft und Einwechslung und so weiter, wirklich, wirklich gut und dann auch Wahid Fagir, ähm, 18 Jahre alt, Poyampalo 26, ähm, schiebt bei Velje BK, ähm, dänisches Supertalent, ähm, war auch bei der U21-M dabei und hat sich da ein bisschen in den Fokus gespielt, haben wir, steht auch hier drin, VfW beobachtet ihn schon länger, der war auch schon, auch schon mal Thema bei uns für den Sturm, ähm, Marktwert 3 Millionen, können natürlich noch ein bisschen teuer sein, der Kollege, glaube ich, gleich noch was dazu, ähm, aber das wäre, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, der No-Brainer, weil dann verfolgst du Ewigkeiten, wolltest du eh schon holen, ist ein Top-Talent, spricht viel dafür, nur halt die Ablöse nicht, ähm, Gianluca Scamacca von US Sassuolo aus Italien, 12 Jahre alt, schwierig, 15 Millionen Marktwert, ist aber scheinbar auch von Größe und so weiter, ein Spielertyp wie ein Karlajic, ähm, aber bei dem Marktwert nur eine Laie möglich, und dann haben wir noch Emran Soklo, 16 Jahre alt, äh, vereinslos von der Chelsea-Jugend, also, der wird nicht direkt helfen können, aber vielleicht wieder ein weiterer, ganz, ganz junger, den er irgendwo ablösefrei holt, aus größeren Jugendakademien, sag ich mal so, oder von Vereinen, ne, die einen größeren Namen haben, ähm, und dann noch Simi, den hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal gehabt, der mit, der von, äh, US Salernitana, ähm, ja, ein Ticken älter, der Kollege 29, der Verein hat irgendwie die Kaufpflicht über 6 Millionen, bei dem er jetzt ist, Gericht ist schon ein bisschen älter, also an den, glaube ich, nicht, an den, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. So, dann hier, dann auch ein bisschen aktueller, hat sich ein bisschen was gelegt, was die Leute angeht, Fagir Teuer, wie gesagt, rund 7 Millionen wohl, Laie mit Kaufoptionen, wäre da denkbar, und scheinbar bleibt Puyampolo quasi, doof gesagt, Backup planen, also, wenn du nicht den bekommst, den du bekommen willst, keinen jungen Entwicklungspotenzial bekommen willst, hat er quasi, Puyampolo ist nochmal noch doof gesagt, auf der Kurzwahl, falls er vielleicht doch dann den holen muss, weil er hat ja nicht mehr lang, ist mir auch erst, doof gesagt, aufgefallen, also, 31. ist vorbei, nächste Woche Dienstag, um 18 Uhr, müsste es wahrscheinlich sein, ist das Fenster geschlossen, so. Was wir auch getan haben, ist vorgefühlt bei Rhys Nelson, also bei Arsenal, erfolglos, und was, glaube ich, auch noch war, war Sir Lord, wo wir angefragt haben, aber dann war klar gehalten, so alles viel zu hoch, der ist, glaube ich, auch schon woanders hingewechselt, der Sir Lord, also, wird schon einiges getan, er hat auch schon auf jeden Fall eine Liste, also, das erwartet man sowieso für ein bisschen Tat, kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass er eine hat, aber da wurde schon scheinbar durch viele Vereine durchgeklingelt, laut weiteren Insider-Informationen, halt nicht von Subasa, 1893 von jemand anderem, der jetzt noch nicht so, ja, keine Ahnung, wie soll man sagen, noch keinen Ruf hat, da quasi, spricht von Evan Gesson, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, den wir scheinbar holen, also, gut informierter Journalist, und bla bla bla, schreiben sie hier, wo sie die Informationen her haben, Laie plus Kaufoption, circa bei so ein halb Millionen, ja, auch wieder ein junger Franzose, ein junger französischer Stürmer, der mir persönlich aber absolut gar nichts sagt, zudem gibt es scheinbar auch so Halbgerüchte, also, nach dem Motto, Fußballtransfer schon mal geschrieben, Bundesligisten zeigen Interesse an dem, da könnten wir dazu gehören, aber, keine Ahnung, es ist halt wieder, einerseits ist das geil, finde ich, ich feiere das, wenn du quasi jeden Tag irgendwie 13, 13, 15 gefühlt verschiedene neue Namen hast, neue Gerüchte und so, ich feiere das, aber in der Menge geht halt auch viel Scheiße mit rein, deswegen kann man sich hier auch absolut nicht sicher sein, ähm, voraussichtlich heute Medizinträger, also am Freitag, also, mal gucken, und er spricht, äh, ja, ja, davon, dass das Ding quasi durch ist, mal gucken, ähm, zu Barca 1893 sagt nämlich eben, dass der Ersatz für Sascha spielerisch deutlich versierter ist, und kann die Rolle deutlich besser ausfüllen, im Vergleich zu einem Poyanpalo, ähm, sollte allerdings noch einen Entwicklungsschritt im Abschluss machen, und er weiß wohl auch schon, wer kommt, hat er noch keinen Namen genannt, mal gucken, wer da kommt, und ich habe es selber ehrlich gesagt nicht gesehen, die PK, also, klar, die wichtigsten Aussagen auf Twitter, aber ich habe jetzt nicht das Video gesehen, keine Zeit dazu gehabt bisher, ähm, ähm, aber scheinbar hat man, hat man der Ratze schon fröhlich ein bisschen in die Linse gegrinst, und so auf die Frage, und so, wohl, wohl wissend wohl, dass ein Stürmer kommt, und dass er bald kommt, und er weiß schon wer, und so weiter, wirkte zumindest scheinbar so laut ein paar Twitter-Usern. Wir machen ein anderes Transfers, ich habe mich gerade da fast schon rein verblabbert, mit Kempf und so weiter, jetzt nenne ich es hier, und Tommi und so weiter, machen wir es jetzt richtig, ähm, Kempf einig mit Hertha wohl, nächstes Jahr ja spätestens, weil er eben den Vertrag nicht verlängert, ähm, ab Sommer, und scheinbar auch schon jetzt die Planung, vielleicht holt man den auch jetzt schon in diesem Sommer, da wird man vielleicht noch ein bisschen Ablöse, ähm, kriegen, keine Ahnung wie viel, 4, 5, 6 Millionen, kein Plan, ähm, aber es war auch ganz kurz mit drin, 24.8er steht hier dran, war kurz zu einem Tag, wo gefühlt alles kam, tausende Namen für Stürmer, und dann noch Kempf, und hier Dingens, was haben wir hier auch gleich noch mit Tommi, weg und hier und da, aber da gibt es jetzt nichts Neueres zu, zu Kempf, aber, lustigerweise, der Vertikalpass hat es schön beschrieben, nachdem man bereits im Sturm und im Mittelfeld Baustein hat, wäre es nur konsequent, in der Defensive die nächste zu öffnen, es ist nämlich überall, Sturm, Kalajtic, Mittelfeld, klar, fehlen auch Leute, und dann noch hinten, Kempf auf einmal noch verlieren, und sagen wir mal, wäre eine wilde Nummer, ähm, und da ist eben, ja, wird Tommi auch noch genannt, ähm, da sehe ich auch schon mal in Verbindung mit Berlin genannt worden, Erik Tommi, auch ein Kandidat, der noch gut gehen könnte, noch gut wechseln könnte, wenn man jemanden findet, ähm, ich springe ja eben zurück, zu der Quelle hier, genau, des Weiteren wird Erik Tommi, den Verein verlassen, das ist der gleiche Typ, der das eben mit Gesor gesagt hat, ähm, Schalke und osteuropäische Vereine, Vereine gelten als Interessenten, ja, mal gucken, ähm, Klement hat einen VfB-Livestream gemacht, auf Instagram, und, äh, hat da auch gesagt, es gab schon den einen oder anderen Wechselgedanken, wahrscheinlich generell ein sehr offenes und angenehmes, äh, FAQ quasi mit, äh, mit Philipp Klement, und er schließt auch nichts aus, ne, also er hat scheinbar gesagt, in den letzten Tagen geht es immer hektisch zu, wir werden sehen, was passiert, also der schließt auch einen Abgang nicht 100% aus, aber gerade jetzt, wo jetzt auch wieder ein Karasur weiter ausfällt, wird er wahrscheinlich auch morgen, tippe ich mal, so habe ich ja im Startelf, Startelf-Tipp getippt, ähm, in der Startelf stehen, so, also, ich glaube, kannst du den jetzt wirklich auch noch abgeben, das würde mich schon sehr, sehr wundern, ähm, so Kalajcic, wenn es eben auch so stimmt, hier mit irgendwelchen, ne, Fitness-Checks, und so weiter, äh, jetzt schon heute am Freitag und sowas, könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass da wieder was kommt wie Melo, das war ja auch quasi direkt nach Abpfiff, viert letzte Woche, würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht direkt morgen nach Abpfiff, nach Freiburg, ähm, am Abend die Nachricht bekommen, wen wir denn geholt haben als Neuenstürmer, wenn eben alles schon so weit nach vorne ist, der eine spricht von diesem einen Franzosen, zu Barca spricht davon, dass jemand kommt, es wirkt so, als würde Matarazzo auch wissen, dass es kommt jemand, würde mich nicht wundern, und wenn es wirklich morgen dann nach dem Freiburg-Spiel und dann im Laufe des Abends kommt, weil die Zeit rennt ja auch, ähm, aber egal, ganz ehrlich, solange wir jemanden haben, müssen wir da auch keine Scheiße bauen, mal gucken, ob es ein Name wird, den wir hier gerade genannt haben, oder ob es jemand aus dem absoluten Nichts wird, ich bin mal gespannt, aber scheinbar kriegen wir es wohl hin, dann Stürmer zu holen, was sehr wichtig ist, dann mal gucken, was da für ein Kaliber kommt, ähm, als letztes hier noch quasi, auch wenn es, ja, es ist kein richtiges Wechselgerücht, so, aber es gibt ein Interview mit Endo, der, das wusste man auch schon, die Aussage gab es auch schon seit Jahrhunderten, ähm, ich mache kein Geheimnis daraus, dass hier Premier League mein Traum ist, wenn es Interesse von einem der absoluten Top-Klubs aus Engern gäbe, würde ich mir das sicher anhören, und so Geschichten halt, und so, ich würde gerne irgendwann einmal mit dem VfB Champions League anpeilen, und solche Geschichten, ähm, wäre ein Wechselspiel, das ist 2024 ein Thema, wenn es nicht wie gewünscht läuft, das ist offen, das wird sie zeigen, also, ja, ist es fast nicht wert, das irgendwie anzusprechen, das Wechselgerücht, whatever, ich habe es aber trotzdem mal hier einkategorisiert, aber, ja, Endo wird schon bleiben, dass er Interesse an England hat, sein großes Ziel, das ist auch nichts Neues, mal gucken, Vertrag hat er ja noch lange, ich würde mal tippen, wenn der Interviewer vom Kicker so gestellt hat, mit 2024, wird er bis 2024 Vertrag haben, so, deswegen, also ich glaube, da wird nicht allzu viel passieren, so, wir machen ein bisschen was Aktuelleres, ein bisschen auch wieder, ja, quasi auf Einzelspieler drauf, nämlich sehr interessant und sehr nice, ähm, Roberto Massimo steht im Kater der deutschen U21-Nationalmannschaft, sehr schönes Ding, auch zu ihm hat der VfB was gepostet noch, also nicht direkt zur, ähm, komm, wie heißt es, zur Nominierung, sondern eben zu ihm als Person, er hat nämlich mehr Sprints, äh, in der Saison gemacht, als jeglicher Spieler von einem anderen Team, also er hat 69 Sprints, der höchstwerter Bundesliga scheinbar, ähm, und auch er ist der schnellste, äh, VfB-Spieler, in der Saison bisher, mit 34,04 Kilometer pro Stunde, ähm, auch eine Aussage hier, von Misslintat über Ito, das war auch so ein bisschen interessant dann zum Thema Kampf, weil was machst du, wenn du Kampf abgibst, du wirst von den Kämpfen, die wohl wahrscheinlich dann irgendeinen Kalajic-Ersatz holen, und die Verteidigerlücke kannst du dann nicht auch noch irgendwie schließen, da war dann das Gerücht mit Toro Nariga, dass der vielleicht kommt, mit Laie, Kaufoption, schieß mich tot, aber er hat auch gesagt, ein bisschen zu Ito, wir haben gesagt, es kann bis zu einem Jahr dauern, bis wir glauben, dass er sich an die Intensität gewöhnt hat, aber der hat uns aktuell eines Besseren, er hat wirklich auch ein starkes Spiel gemacht, klar, war halt leider ein Viertligist im Pokal, aber je nachdem, was mit Kempf noch passiert, ich glaube nicht, dass du dann auch noch die Kapazitäten hast, irgendwie noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen, außer du machst eben was, was direkt schon verbunden ist, du hast gesagt, also Kempf zu Hertha und Toro Nariga zu uns, so ein komischer Tausch quasi, aber dann müssen wir es wirklich auch im Verein selber lösen, mit Mola, Stenzel, Ito und sowas, da ist so eine Aussage natürlich auch ganz schön, dass Ito gut seine Schritte macht, auch ein schönes Interview hier vom SWR mit Sven Schiplock, der eben jetzt vielleicht, vermutlich, keine Ahnung, wie auch immer, im Kader stehen könnte, morgen gegen Freiburg, Rückkehr zum VfB, gehört nach einer langen Reise, erzählt er über seine Zeit beim VfB als Talent, dann zum HSV, vor 80.000, Debüt in der Startelf gegen Dortmund und sowas, wirklich ein schönes Interview, könnt ihr euch sehr, sehr gerne durchlesen, wenn ihr da Bock drauf habt, und dann gehen wir noch zu, ja, Ankündigungen, kurz zwei Stück, nächste Woche halt, einfach nur als Info, Tweet von der DFL, quasi auch als Info von mir an euch, nächste Woche wird wohl wieder ein bisschen, ja, Ansetzungen geben, im Podcast zu besprechen, also nach eben jetzt der Auslösung und Gruppenphase von Europapokal-Wettbewerben, die das geschehen ist mit Euroleague, Conference League und Champions League, wissen wir jetzt ja alle schon, sind auch ein paar nette Gruppen dabei, haben ja gestern auch im Stream zum Beispiel gequatscht, im Community-Stream gestern Donnerstagabend, wird man eben nächste Woche ein paar mehr Terminierungen wissen, wann wir eben gegen wen jetzt genau spielen, und auch interessant, in der Länderspielpause spielen wir voraussichtlich gegen Nürnberg ein Testspiel, nämlich am Donnerstag, den 2. September ist das wohl scheinbar angesetzt, laut Bild, und dann noch ganz aktuell zum VfB, oder zum Spiel jetzt morgen besser gesagt, habe es ja auch schon im Vorbericht genannt, wir haben 23.800 Tickets verkauft, Stand von gestern, Stand von gestern zur PK-Zeit halt mittags, maximal sind es 25.000, das heißt, das Ding ist quasi ausverkauft, und Türkheimer Kurve ist komplett weg, und Kanscher Kurve sowieso, die ist ja quasi immer komplett weg, Sonst gibt es noch was, das heißt, morgen können schon sehr, sehr nah an Ausverkauf gehen, was sehr, sehr geil ist, es sind wirklich nochmal 5.000, 6.000 mehr als gegen Fürth, das ist schon sehr, sehr wichtig, und sehr, sehr schön, auch wenn das Wetter morgen ja nicht so geil werden soll, ich glaube irgendwie 15 Grad, und irgendwie Regen, also nicht so geil, aber ich habe trotzdem sehr, sehr Bock, auch morgen der Vlog wieder, habe sehr, sehr geile Plätze da, mit den Kollegen, mit denen ich ins Stadion gehe, da habe ich absolut Bock drauf, wozu auch sehr interessant ist, das habe ich auch quasi ewig aufgehoben, vom 17.8. ist der Podcast, von gutem STR-Podcast, die sind ja auch immer wieder gut informiert, auch ein bisschen Insider-Geschichten, die sind ja noch näher dran als ich so, macht ja auch Sinn, genau, und die haben auch gesagt scheinbar, ich habe jetzt natürlich keine genaue Minute oder sowas, aber in dem Podcast habe ich es gehört, irgendwann mal nebenher, dass die Ultras vom VfB, oder halt quasi die organisierte Stimmung, mache ich mal so quasi den Überbegriff, wohl scheinbar, ja, erst mal guckt, nach dem Freiburg-Spiel und sich zusammensetzt, ob sie vielleicht doch kommen, das wäre sehr, sehr geil, wenn die wirklich dann sagen würden, ey, Jungs, wisst ihr was, komm, wir haben gesagt, wir wollen wieder 60.000, wenn wir da alle haben, und dann machen wir erst wieder, komm, lasst doch einfach schon mal früher kommen, den Support brauchen sie und so weiter, wäre natürlich geil, mal gucken, ob es stimmt, dass sie jetzt nach Freiburg sich zusammensetzen, und dann ist ja Länderspielpause, würde ja passen, dann geht es nach Frankfurt auswärts, und dann ist das nächste Spiel Leverkusen zu Hause, müsste Sonntag Mittag sein, wäre natürlich absolut geil, wäre natürlich schwieriger dann für Tickets, weil natürlich die Kancha-Kurve dann noch schneller weg sein wird, wenn die Ultras wieder zurückkommen, und sie ihre Tickets holen, aber organisierte Stimmung wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn die zurückkehren würde, und ganz brandaktuell quasi, der VfB wird ab sofort, erstmals die VfB-Mannschaftsausstellung, auch in Gebärdensprache wird sie geben, ein sehr, sehr schöner Schritt, und auch hier nochmal vom VfB die Message, VfB Fairplay ist seit Jahren engagiert, wenn es um das Thema Inklusion geht, dazu zählen die im Projekt für inklusive Fußballförderung, an Heimspieltagen, insbesondere Maßnahmen für ein barrierefreies Stadion, Mercedes-Benz Arena gehört zu den bundesweit führenden Stadien, was Barrierefreiheit betrifft, bislang ist die VfB Arena mit 170 Plätzen, für Rollstuhlfahrer, 40 Plätzen für Sehbehinderte, je mit Plätzen für Begleitpersonen, und einem Bereich für die gehörlose Fans, gehörlose Fans ausgestattet, sehr, sehr schön, schöner Schritt nach vorne, gefällt mir, wir haben Bock aufs Stadion morgen, für die, die es interessiert, ich hocke in 34D, vielen Dank fürs Zuhören, war, glaube ich, eine Menge, auch teilweise sehr schnell runtergerattert, aber gut, bei so vielen News, muss man sich auch nicht noch mehr in die Länge ziehen, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns, hören uns in den nächsten Videos, und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020